DINY TV Ah, du musst neue Mitarbeiter sein. Willkommen bei DINY TV Und jetzt werde ich gleich mal in der Umführung durch das Studio umgeben, wo wir auch eher zu Buchsbaum gedreht haben, nur ich. Oh, das ist nicht klarzustellen. Hier ist mein Freund. Wie hat sich die Buchsbaum? Bis dann mein einfacher Mitarbeiter leben, dem harten Brot. Bum, bumm. Ja, gritt. Nein, nicht. Das ist ein kleines Fick. Bestehen aus uns beiden. Beim harten Brot und beim Teddybären. Na ja, das ist dein Schreibtisch. Dir hat nicht ausgefallen, aber... Ich hoffe, du wirst viel Spaß haben bei DINY TV. Guck dir noch mal so und dich an den Lern. Geht das auch? Ist doch schon mein Leberbrot. Geht das auch? Läggst du nicht, du wirst noch. Bohohohohoho. Bohohoh. Bohohoho. Bohohoho. Vielen Dank.